Woche 23, Tag 5. Ich bin immer noch in der Recovery-Woche, aber auch in der Recovery-Woche kann man schwitzen. Heute war Speedskill Bike dran. Ich bin jetzt in den letzten 5 Minuten beim Auskühlen oder Abkühlen. Es war jetzt heute nur ein 1,5-3-Intervalle mit ungefähr 90% zur Leistungsschwelle. Einmal 9 Minuten, einmal 7, einmal 5 Minuten und jeweils nur eine Pause dazwischen. Es lief gut. Es war anstrengend, wie man sieht, aber ich habe heute auch vergessen, die Tür hinter mir aufzumachen. Da ist relativ warm mit, aber in Summe eine kurze Einheit ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Und damit bin ich auch gleich fertig. Das war's für heute. Ciao, ciao.